Der Brite George Mallory ist für seine Versuche am höchsten Berg der Welt berühmt geworden und neben Personen wie Edmund Hillary, Tenzing Norgay, Reinhold Messner und Peter Habeler wohl einer der wichtigsten Menschen, wenn es um das Geschichtsbuch des Mount Everest geht. Deshalb geht es heute bei Legenden im Portrait um George Herbert Lee Mallory. Geboren wurde George Mallory in Mobley in England am 18. Juni 1886. In England wuchs er in vergleichsweise einfachen Verhältnissen als Sohn eines Pfarrers auf. Klettern lag George im Blut. Doch mit sieben Jahren begann er immer wieder auszubüchsen und die Dächer der eigenen Heimatstadt zu erklettern. Er war ein lebhafter und aktiver Bursche. So lebhaft, dass seine Schwester A.V., eine von insgesamt drei Geschwistern, einst sagte, er kletterte auf alles, was sich zum Klettern anbot. Er lernte so früh, dass es fatal war, ihm zu sagen, dass es nicht möglich sei, auf einen bestimmten Baum zu klettern. Nicht möglich war eine Formulierung, die er sofort als Herausforderung verstand. Das ist ziemlich eindeutig eine gute Voraussetzung für ein absolutes Klettertalent mit einer beeindruckenden Zukunft. Doch George Mallory war in seiner Kindheit und Jugend vor allem mit dem Lernen und der Bildung beschäftigt. Er gewann mit 13 Jahren ein Mathematikstipendiat für das Winchester College. Dort lernte er den Tutor Graham Irving kennen, der als Mitglied des britischen Alpinclubs George immer wieder zum Klettern und Bergsteigen auch in die Alpen mitnahm. Graham Irving beschrieb Mallory später als einen ausgezeichneten Athleten und besonders sicheren Kletterer. Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts das britische Königreich in diversen Kolonien militärisch besonders aktiv war, bot es sich in England stets an, einen militärischen Karriereweg einzuschlagen. Doch George Mallory interessierte sich nicht recht für kriegerische Angelegenheiten und entschied sich für ein Geschichtsstudium. Er wollte seine Bildung und sein Interesse quasi an die Spitze bringen. 1914 lernte er seine künftige Ehefrau Ruth Turner kennen. Doch sie schafften es leider nicht mal bis zur Hochzeitsreise in die Alpen, denn am 28. Juni desselben Jahres wurde Erzherzog Ferdinand in Sarajevo ermordet, womit der Erste Weltkrieg seinen Anfang finden sollte. Während des Kriegs hat George Mallory nicht dienen müssen, zumindest deshalb, weil er als Lehrer davon ausgenommen war. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen war ihm das aber eigentlich gar nicht zurecht. Er wollte ebenfalls Teil des Kriegs und vor allem aber Teil des Erfolgs und des Siegs Großbritanniens sein. Viele seiner Freunde fielen in diversen Schlachten. Seine Frau war freiwillig in einem Krankenhaus für Kriegsverletzte beschäftigt und er leistete gegen seinen Willen noch keinen Beitrag im Krieg. Noch deshalb, weil im Herbst 1915 George Mallory letztlich doch vom Schuldienst befreit wurde und bei der Royal Garrison Artillery zu dienen begann. Und obwohl die Zeichen schlecht standen und er vielen Angriffen ausgeliefert war, überlebte er glücklicherweise den Krieg. Interessant ist all das, weil George Mallory nur aufgrund des großen Glücks während seiner Jugend und der Kriegszeit später in der Lage war, seine zuvor erworbenen alpinistischen Kenntnisse einzusetzen. Die britische Expedition zum Mount Everest 1921 bestand zum großen Teil nur aus Soldaten. Keiner weiß, ob letztlich tatsächlich auch er mitreisen hätte dürfen, wenn er nie gedient hätte. Seine alpinistischen Leistungen qualifizierten ihn jedoch in jeder Hinsicht zu einer solchen Unternehmung. Die Geschichte hinter den britischen Expeditionen im Everest-Gebiet ist aber durchaus keine wunderschöne. Sie begann damit, dass die Briten besessen vom Everest waren. So besessen, dass sie sogar den Berg nach dem Vermesser der Region, George Everest, benannten. Die Besessenheit führte aus der damals britischen Kolonie Indien über Darjeeling in kriegerischer Manier in Richtung Nordosten, wo man das Land Tibet dazu zwang, die Erstbesteigung des Mount Everest, dort Chomolangma genannt, zu genehmigen. Tatsächlich hätten die Tibeter aber auch keine andere Wahl gehabt, als ihnen den Weg freizumachen. Die britische Armee war stark bewaffnet. Die Tibeter, ein kleines Volk mit eigentlich kaum kriegsargerischer Absicht und dementsprechend kaum Kriegswaffen. Obwohl die Tibeter keinen Anreiz darin sahen, den Berg zu besteigen und auch nicht wollten, dass er bestiegen wird, mussten sie letztlich trotzdem klein beigeben. Wie üblich wurde in kleinen Teams das gesamte nördliche Gebiet des Everest nach möglichen Schwachstellen und damit möglichen Aufstiegsrouten abgesucht. Mallory selbst fand dann eine mögliche Route über die Nordseite entlang des östlichen Rongbuk-Kletschers. Spannenderweise hatte Mallory ein geniales Auge für den Berg, denn bereits damals sah er mit der Ostwand ein Problem, denn diese sei, Zitat, so schwierig, dass man sie nur in der Fantasie herüber erklettern kann. Für uns aber ist das nichts. Die heute genannte Fantasy Ridge ist bis heute undurchstiegen. Die Expedition, die der Erkundung des Everest-Gebiets dienen sollte, sollte sich lohnen. Ein Jahr später war Mallory bei einer weiteren Expedition wieder mit dabei, doch eine Lawine machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie tötete sieben Träger und führte damit zum Abbruch der Expedition. 1924 gab es einen erneuten Versuch. Hierbei gab es drei Anläufe, den Everest letztlich zu besteigen. Der erste Anlauf am 1. Juni 1924 scheiterte aufgrund äußerst widriger Bedingungen. Der zweite Versuch fand ohne Mallory, und zwar, sondern nur mit Somerville und Norton statt. Die scheiterten an massiver Erschöpfung und einfach zu wenig Fortschritt in der extremen Höhe. Der dritte Versuch beinhaltete dann die zwei heute so berühmten Bergsteiger George Mallory und Andrew Irvine. Er war nicht der begabteste Partner, den sich Mallory vorstellen konnte, jedoch war George technisch ungeschickt und war deshalb froh, jemanden mit technischen Fähigkeiten zur Reparatur der Sauerstoffgeräte im Notfall dabei zu haben. Aus Lager 6 wollten sie sich am 8. Juni auf den Weg zum Gipfel machen. Noelle O'Dell, der sie immer wieder weiter zurückliegend begleitete und ebenfalls mit Trägern unterwegs war, sichtete die beiden am 8. Juni von einem Aussichtspunkt aus. Jedoch befanden sie sich zur Sichtung weit hinter dem eigenen Zeitplan, was erste Bedenken verursachte. O'Dell folgte ihnen hinterher, um zu sehen, ob es ihnen gut gehen kann und er helfen kann, fand im Lager 6 jedoch nur ein Chaos vor. Das Wetter war deutlich schlechter geworden. Er konnte weder Irvine noch Mallory wiedersehen. O'Dell versuchte, die weiteren Tage immer wieder aufzusteigen, die beiden zu suchen. Doch letztlich brach er und die restliche Expedition am 11. Juni das Vorhaben ab. Niemand weiß, was am Nordzettel zwischen Lager 6 und dem Gipfel passiert ist. Viele Mythen, viele Geschichten, viele Vermutungen. Und letztlich vor allem O'Dells Sichtung, die vielleicht gar keine Sichtung war. Das wird zumindest bis heute alles diskutiert. Niemals wird man herausfinden können, zumindest mit hundertprozentiger Sicherheit, ob nicht die Erstbesteiger des Everests doch Mallory und Irvine waren. Details zu dem ganzen Drama drumherum verlinke ich euch natürlich gerne unten in der Videobeschreibung in einer sehr guten Aufarbeitung des kompletten Geschehens. Mallory wurde letztlich 1999 vom Bergsteiger Conrad Anker gefunden. Das Bild von seiner Frau, das er am Gipfel ablegen wollte, fehlte am Fundort von George Mallory, was den Schluss nahelegt, dass er es vielleicht doch auf den Gipfel schaffte. Nur Andrew Irvine, der wurde bis heute nicht gefunden und es bleibt unklar, ob nicht vielleicht er den einzigen Beweis mit sich trägt, der die gesamte Geschichte des Mount Everest neu schreiben würde. George Mallory wurde bekannt als der Mann, der es so weit wie kein anderer auf den höchsten Berg der Welt schaffte. Er war Ausnahmealpinist und das schon in ganz früher Zeit, als Alpinismus noch ein Fremdwort war. Beenden und in allen Ehren halten möchte ich die heutige Episode mit seiner Antwort auf die Frage, warum er den Everest besteigen wollte. Because it is there.